Wie niedlich ist dieser Hund. Ein wirklich treuer Begleiter. Er folgt nicht irgendwem, sondern einem 360-Grad-Fotografen, der die südkoreanische Insel Yukdo durchwandert hat. Das Tier folgt ihm wirklich auf Schritt und Tritt. Die Bilder nutzt das südkoreanische Netzportal Daum in seinem Online-Kartendienst, vergleichbar etwa mit Google Street View. Die winzige Insel im japanischen Meer ist seitdem eine kleine Attraktion. Sie bietet fantastische Ausblicke, die natürlich auch der Hund genießen will. Er folgt sogar auf den Aussichtsturm. Aber jetzt schnell weiter. Es gibt noch mehr zu entdecken.